Ola Signoras! Brummas! Komm zurück zu den Totschlatt. Ja! Si si Signora! Ich bin der Kämpfer! Drei Schaden! Ja! Mach ich grad mehr Schaden? Als sonst? Nö. Ich dachte grad. Das wäre jetzt. Oh! Hier ist ne Party, komm mal vorbei. Nein, ich bleib hier. Ich bin weg. Ähm. Ähm. Aua. Ich bin wirklich weg. Das sind nur zwei kleine Bosse und ein großer? Ich kann nicht den ersten mal. Aua! Lass mich in Ruhe. Aua! Diese kann ich meine rechte Trick nicht machen. Keine Ahnung? Ähm. Nö, ich hab keine Ahnung. Ich bin wirklich weg. Jetzt kann ich wieder hinetzen! Weg! Aua! 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 Das ist praktisch. Ich hab auch nur noch 52. Ja, ich hab nur noch eine Reihe Ich hab nur noch Cafes. Den- Erhnhönen, und immer wieder Mengenjöun Ich hab uns auch aufgerichtlich wie 1Yér gedacht. Und den Mund davon haben p pro er hat den großen den großen will keiner doch du der kommt grad nicht zu mir durch achte mal erstmal so viel mehr kommt nicht durch ich will die axt von dem mitnehmen das ist eine volle das ist eine volle ist mir wurscht ich kann mich grad nicht mehr bewegen hallo ich kann mich grad nicht mehr bewegen hallo wieso nicht du stehst hier rum ja beweg dich jetzt löst die volle aus ja jetzt kann ich nicht auf ihn ok ich stelle jetzt mal so eine dreiviertelstunde daneben hm darf er aus ok jetzt haben wir die erste prüfung von jinn erledigt hätte er uns nicht alle drei prüfungen gleichzeitig geben können das war doch so einfach ne hätte ich noch mehr lesen ich schlick's lesen ich weiß immer noch ich würde was sind es hat geruckelt und es ist jetzt auch in dem Gebiet jetzt müssen wir da wieder hochlatschen ne ja nur ne leiche einlecht aber viele leichen war 34 ich darf gerade einfach durch zu viele gegner die auch immer du es so schnell hingeschafft hast aber Hallo Jin Aha, ihr habt die Lampe der Wunder zurückgebracht Eure jämmerliche Bemühungen sorgen also doch für etwas Unterhaltung Den Schrott könnt ihr wegwerfen Es ist nichts weiter als eine Lampe mit einem hoch Was? Hochrappenden Namen Ich vermute, sie spendet etwas Licht, wenn ihr Öl hineinfüllt Aber sonst kann man da rein gar nichts mit anfangen Die zweite Aufgabe dürfte wesentlich amüsanter werden Ihr habt die Tutara mehr oder weniger unversehrt überlebt Glückwunsch Aber mir scheint, dass es weiter nichts Außergewöhnliches Die zweite Aufgabe dürfte wesentlich amüsanter werden Tretet durch das Portal, eure zweite Aufgabe heißt überleben Oh, schönes Portal Ihr habt eine Quest Überleben Überleben Oh, das sieht nach Boss aus Also überlebt schnell So, Rainer Wieder ein sehr formschönen Ladebildschirm Ja, ja, die sind irgendwie überall hier Der Funken der Dinge funktioniert lässt und das Feuer der Dinge tötet Bist du spielen, okay? Ups Das hat gefunkelt Das da auch Ah, in, 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 da rein Ja, nee, ist klar Kann der Ding ein bisschen schneller bewegen Das ist Gold Wie die in der Entwöhnungskur Wie die in der Entwöhnungskur Oua Aua Aua Aber wenigstens bleibt das Licht nur kurz stehen immer wieder weiter gehen während du kämpfen musst ich möchte wieder ins Licht rein weißt du das ist mir schon so ein Föhnungsprofil Gamer damit sie irgendwie zu dem Licht gehen halt nicht dann lassen wir gespielt das ist ja voll aufweilig ey ja außerdem das äh LED-Begleiter Tastatur reicht doch oder? vor allem jetzt Alter wie schnell bewegt sich das Ding ich kann mich nicht Geld Geld mach mal die Truhe auf Geld oh oh ich glaube der Lichtschrei bewegt sich wieder und jetzt haben wir so nen Boss da am Arsch kleben ja komm lieber mit zum nächsten Ding oder was ähm 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 was ist denn? ich bin bisschen voll hier ich bin bisschen voll hier, wa? hey Heiltränke oh Heiltränke oh Heiltränke ja das hab ich auch gerade gesehen oh Heiltränke schön, dass die es hier auch gibt he Heiltränke 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 jetzt klar Aua 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 Die komm jetzt rechts links äh ja links rechts links vor Aua 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 Was ist das vom Planet hier? Planet der Affen oder was? Interessante leuchtende Arena vor allem warum hat er den einen Boss übersprungen? ja stimmt Aua Was ist das komisch ein Viech da? Weil die hier wartet da ewig, aber den einen hat er total übersprungen Oja ich bin wieder voll oh oh das Ding geht jetzt weiter komm nein ich will den Kampfschnapp doch ja wir haben Baustelle ach guck mal da sind wir fertig bleib dir wenigstens ihr bleibt diese Zentimetern einfach stehen fuck ja ja kein Loot für dich war da wenigstens was schönes drin? nö ähm v wieso sieht das auf ihn aus die ganz stücke deverennt wenn man nach unten guckt wieso sieht das auf ihn aus das steckt wirklich ähm das heißt ja überleben er hat echt Langeweile jetzt will sagen wir sind ja da möchte ich auch Spaß haben er hat ja gesagt er hat Langeweile komischer Viertus nicht ganz seltsam wie die meisten andere Menschen haben nicht sterben verdammt vielleicht kriegst du einen Lotbieder das nochmal von vorne ich rede noch ein zweites meines Portal dann stehst du da vorne NEIN oh das ist ein Boss was? ja der goldene Name ne ja dann sind sie immer Lila oh Kisse toll da waren bei mir 13 Gold drin Aua ja mein Inventar ist voll mein Inventar ist voll meins auch dann legen wir mal Sachen mein Hund ist weg oh oh deswegen baut sie immer noch zusammen was für ne Klasse bist du? das Inventar eures Begleiters ist voll schön meins auch schmerz er ist nicht so anstecknen zu schalten und zoome mit ü und plus wieso ü also sie sind nebeneinander okay geht ja noch ja aber trotzdem ein sonderzeichen und ü hallo so habt ihr also endlich geschafft ja ihr mausert euch zur unterhaltsamsten abwechslung der letzten tausend jahre nun ich denke ihr braucht noch eine letzte aufgabe so soll ihr seid wesentlich zielstrebiger und fähiger als ich für euch möglichkeit für euch möglich gehalten hatte ausgezeichnet wenn ihr wächterinnen wirklich befreien wollt müsst ihr meine alte rivalen es kann erniedrigen indem ihr seinen kostbarer lampe der mirakel steht im portal mal aber kurz der hund ist wieder da das heißt und vollstopfen weil er braucht noch 49 Sekunden Prozent Prozent Panzergesundheit und weniger Rüstung da 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 schweißt sie rauf auf Walu Steine über die Klamotten holen hochlich die Busserbundspiel das getrunken Maschinenlade Waffenruck 88 die Vitalität die Rüstung Prozent holen und du darfst du was mitbringen wenn nicht die Halt tränke die Kameras wollen die nächsten ich habe ihn jetzt komische Flaschen aber du kannst ja noch größer jetzt schon kaufen ich hab 1800 Gesundheit und die die ich im Moment benutze die heilen 2700 also und es sind die denn sofern wir den Inventarum fliegen aber ohnehin naja gut dann wichtig und die großen Krieger hier nicht mehr verdient wie sie kriegen wir schon ja okay das erklärt warum es nicht mehr mehr werden bei mir in den Winter wo kann man hier denn scrollen? äh beim Hund kannst du da ist ein Pfeil in links und rechts bei den Flaschen da kannst du sogar noch die höheren kaufen ach die heilen dann 3600 ja ne ist klar und noch höhere das wird ja noch lustig ja gut irgendwie muss ich ja später auch noch rein können hey verfluchtes viertel betreten von da rein man kann Dynamit kaufen und in Angellöcher schmeißen das klingt nach uns bringen wir davon mal so 5 Milliarden mit sagen wir mal wohl ich hab noch 80 also ich hab grad mehr gefunden als ich benutze oder so hey nimm mir davon mal so 10 Stück mit lohnt sich das eigentlich schon bei meinem Fifi das lohnt sich noch gar nicht der ist noch halb voll ja rüstung 40 feuerpanzer 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 giftpanzer t passiv Fähigkeiten ökisch ist nur noch ne ich bin natürlich beteiligen das sieht sehr komisch aus hier ich hab lila Wind das ist glaub ich kein Wind das sieht auf die Elektrizität das komische Zeug von den die Identifizierung Schriftrolle die brauche ich hab kaum noch welche ich möchte gleich losstück bringt immer ein bisschen was mit ja ich hätte gern Döner und Pizze dazu noch ich hatte letztens eine Dönerpizza und wie war sie also ich hab mir so viel gespeckt weil ich hatte ihn auch komplett zu hohen ich war wohl zu mir scharf ich mag schon keine Pizze mit Salami oder so Thunschuh nicht Thunfisch nein ich will das blindern ist mir egal ob du mich tötest Gott was ist hier los riesige Augen welche Pornowelt sind wir in die abgeblaufen nennt sich glaub ich Japan so sieht Japan aus ich wollte schon immer mal nachdruck gehen ich überlegs mir ich weiss nicht ich steh da nicht so ganz auf die Taken verdammt der Weg hat der Gegner dich getötet und ich war er steht er hat Selbstmord begangen Klasse ich kann mich am Eiger wiederbeleben ach kann sie gar nicht an der Leiche mehr beleben die Wahl hatte ich gerade einmal warum ich jetzt nicht kann weiß ich nicht und wahrscheinlich dass sie nicht immer weil ich hier in der Gegend wir würden nur draußen freien Spielfeld oder was kann möglich sein ach aber ich kann wieder Punkte verteilen was hätten wir denn gern ach komm ein bisschen Vitalität Leben ist auch immer gut hier kann man auch noch Punkte verteilen ja komm Funke aber er war ich da gerade skill da ist die Verbindung weg die Verbindung weg die Verbindung verbindet weg okay ich schock einfach mal tschö ich mach wieder bis zum nächsten mal oder ist er jetzt da nein ist nicht da ich sage tschüss und bis zum nächsten folge tschö 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 tschö